Ohne Energie geht nichts, das muss man wissen. Der Kampf um Strom ist ein Schlachtfeld geworden. Wir haben Kriege um knappe Ressourcen. Jeder Einzelne von uns ist doch besorgt, hört die Nachrichten darüber. Was sagt ihr euren Enkelkindern irgendwann? Warum habt ihr die Umwelt verheizt? Warum habt ihr zugelassen, dass das alles passiert? Und da habe ich mir überlegt, das erzähle ich meinen Enkelkindern nicht. Denn die Summe aller Projekte ist es. Jeder von uns kann einen kleinen Beitrag leisten, der in sich betrachtet keine große Wirkung hat. Aber die Summe aller Veränderungen sind es, die nachher diesen Change und diesen Veränderungen ermöglichen. Ich glaube überhaupt, dass die große Transformation nicht top-down kommt, nicht von irgendjemandem geplant und gesteuert wird, sondern bottom-up durch viele kleine Transformationen. Vordenker, Erfinder, Visionär. Erleben Sie nach der vierten Revolution die Welt der Energierebellen. Wir brauchen Visionen. Die dümmste aller Visionen wäre ja zu glauben, man könne alles so lassen, wie es ist. Wie geht sie raus? Wie geht es? Vielen Dank.